Mein Name ist Valentin Rodner. Ich habe ein Restaurant eröffnet, wo wir auch im ersten Jahr gleich mit Michelin-Stern kochen konnten. Das heißt Weidwerk, weil ich leidenschaftlicher Jäger bin. Ich wollte irgendwann dahin kommen, dass ich eben kochen kann, was mir gut gefällt. Ich war noch nie ein großer Freund von Regen. Wir sammeln viele Dinge selber aus dem Wald, dadurch, dass ich Jäger bin. Alles, was essbar ist, probieren wir aus dem Wald mit reinzuholen. Wir haben wirklich die Möglichkeiten, auf alles zuzugreifen, wenn es denn Saison hat. Und das ist eigentlich das, worauf ich am meisten stolz bin, dass ich mit solchen Produkten arbeiten darf. Der Spaß, den man dabei hat, der ist grenzenlos.